Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Es ist glücklich. Es ist gut. Man muss es viel machen. Over und over. Unlike mit den Roboten. Das ist ein Problem. Für diesen? Ja. Eine der Grunde zu benutzen, dass man es regelmäßig macht. Man muss es regelmäßig sprayen. Das ist der Vorteil. Der Roboter kann das für dich machen. Der Roboter macht eine map, wo die Weeds sind. Dann sprayt es auf die Weeds, aber auch monitort die Weeds. Um in ein paar Tage zu sehen, ob die Weeds wirklich wegschrauben oder nicht. Wenn es nicht wegschrauben, kann man einfach ein Setzen geben, bis es wieder wegschrauben, bis es wirklich wegschrauben. Das erste Mal, wenn man die Roboter installiert, muss man eine Map mit dem Roboter machen. Die Roboter folgen Sie. Wenn man in der Garten walkt, kann man von einer Zone nach der anderen gehen. Die Roboter recordert, wo man walkt, und dann macht man eine 3D-Map von der Umgebung. Once er hat die Map, dann weiß man genau, wo es kann, und wo nicht. Das ist für die Location in der Garten. Dann benutzt es auch Artificial Intelligence um zu erkennen, ob es ist auf eine Safe-Surface. Eine Safe-Surface ist either grass oder eine Stone-Floor. Wie haben Sie ein Willow und haben wir Probleme mit Weeds in Ihren? Wir haben eine Lösung für Sie. Wir wollen Sie die neue Weeding Tool und Tool Changer System Wenn Willow detects two